Ich glaube, es fängt gleich richtig an zu regnen. Ich bin gespannt, ob Anton kommt. Wieso soll er nicht kommen? Ich habe uns doch eingeladen. Anton war und ist ein Feigling. Herzlich willkommen erst mal. Ist Anton auch da? Nein, aber ich denke, das kommt schon. Hallo, Juno. Es müsste ja sein, dass du hier auftauchst. Der Herr Papa! Kommt extra an. Was will er denn hier? Darf ich vorstellen? Deine Kinder, das ist Mala. Ja? Nun, wir sind ja eigentlich hier, um zu feiern, also. Du bist nicht danach. Müsst nur trinken. Auf Anton. Auf Anton. Auf Anton. Auf Anton, du bleibst da hin. Your family is crazy. Ich kann die anderen nicht mehr sehen. Wieso soll ich mich beruhigen, wenn hier das größte Arschloch aller Zeiten rumsitzt? Auf der Feier von meinem Bruder. Warum soll ich mich da beruhigen? Menschen ändern sich nicht. Das ist in der Plan jetzt. Ganz kurz, ganz kurz update. Tim war nur bis 33 und wohnst noch bei Mama. Fass mit mir an! Lass mich jetzt los! Lass deine Mutter los! Mach den Mund auf! Hilf mir! Hör mir auf deinen Vater! Hilf mir! Was macht ihr denn hier? Du siehst ja zu, dass du diese Biomasse hier vom Ambo vertreibst, ja? Ich bin's denn, du! Das bringt ja nichts, wenn wir uns jetzt auch noch streiten, dann ist... Wir streiten uns doch gar nicht. Gut. Das bringt ja nichts. Vielen Dank.